Hallo Leute, ich bin's und ich zeige euch heute, wie man auf YouTube ein Konto erstellt. Also ihr geht mal rechts oben auf, Konto erstellen. Dann müsst ihr warten. Dann gebt ihr hier E-Mail-Adresse ein, dann da ein Passwort. Dann wiederholt es. Ja, dann geht ihr weiter runter, sucht das Land aus, Geburtstag. Und ja, und dann kommt das Dünnste. Dann macht ihr Behindertentest, ja, die Sicherheitsabfrage, besser gesagt. Ja, dann akzeptiert ihr das einfach und könnt erstellen. Ja, und das war's und auf Wiedersehen.